Ein Mannheimer klagte durch mehrere Instanzen und nun ist ein Präzedenzfall geschaffen worden. Guten Morgen! Aufgrund der regelwütigen Gesellschaft in der wir leben ist es ja untersagt gewisse Heilpflanzen anzubauen, die nachgewiesenermaßen wirksam gegen diverse Krankheiten sind. Warum? Weil diese Pflanzen auch für Dinge genutzt werden können, die für den Körper schädlich sein können. Oder die Industrie. Aber ich hab nichts gesagt. Aber wir wissen doch alle, dass letztlich wirklich fast alles auf der Erde auch missbräuchlich eingesetzt werden kann. Ich kann Wasser missbräuchlich einsetzen um jemanden zu foltern, aber deswegen Wasser zu verbieten ist doch irrsinnig. Und ja aber dieser Zusammenhang stört den deutschen Paragrafenreiter da sehr wenig. Jedoch Medikamente, also dort wo die Wirtschaft wieder die Finger drin hat wie Hanf bzw. Cannabis Medikamente, die werden auch in Deutschland erfolgreich gegen diverse Krankheiten verschrieben. Weil sie nachweislich wirklich nützlich sind und da wird es dann schwer dauerhaft Riegel vor zu schieben. Nur selbst anbauen darf man den Hanf dann eben nicht. Das perfide ist, das Medikament hat eine Zuzahlung von 15€ pro Gramm und gehört damit zu den sehr teuren Medikamenten. Der Mannheimer, der auf dem Klageschimmel für uns durch die Instanzen geritten ist, hatte bewusst abgewogen inwieweit so eine auch teure Klagewelle für ihn lohnenswert ist. Aufgrund der sinnvollen Trennung in Gesetzgebung und Gesetzüberwachung kam es dann wie sehr sehr viele erhofft haben. Der Mannheimer ist der erste Deutsche in Deutschland der Hanf legal anbaut und konsumieren kann. Und nun mal zur Begriffserklärung, Hanf, Cannabis und Marihuana bezeichnet grob alles dasselbe, zumindest wie es umgangssprachlich benutzt wird, was allerdings nicht wirklich korrekt ist. Cannabis ist der lateinische Name der Gattung Hanf und Marihuana sind die getrockneten Blütenstände oder auch die kleinen Blätter der Pflanze. Also auch wenn ich selber keine Krankheit habe die mit Marihuana behandelt werden kann oder das Bedürfnis habe das zu konsumieren, finde ich es einfach sehr sehr wichtig dass jeder Mensch irgendwann die Möglichkeit hat die Pflanzen zu konsumieren und anzubauen die er möchte. Für mich immer noch absolut nicht nachvollziehbar wie Alkohol und Nikotin Drogen die jährlich Millionen Menschen auf der Welt das Leben kosten, die das Gesundheitssystem sogar noch stärker belasten als der Fleischverzehr, absolut sozial akzeptiert sind. Aber der Konsum eigens angebauter Pflanzen nicht für den Selbstkonsum. Ich weiß nicht wie es Euch dabei geht. Das erzeugt in mir einen starken Unmut, ein Ungerechtigkeitsgefühl und da kann man auch nicht davon reden, dass uns der deutsche Staat schützen will, das macht er bei Tabak und Alkohol auch nicht. Aber dafür ist die Verflechtung von Wirtschaft in die Entscheidungsfindung der Politik zu stark. Also man wird kein logisch konsequentes Verbot von Zigaretten und Alkohol ausgehend von dem Verbot von Marihuana finden und durchsetzen können. Sieh auch das Video oben in den Infokarten, wie gerade die CDU stark von der Tabakindustrie untergraben scheint, wo auf jeden Fall da gewisse Verflechtungen existieren. Aber ist ok von mir aus wunderbar, dann freier Macht für alles, aber dann soll man eben auch wenn man Alkohol und Nikotin anbietet, dann soll man auch die Möglichkeit haben softere Drogen, wie ich zum Beispiel Hanf als einschätzen würde, da eben auch konsumieren zu können. Oder wenigstens eben selbst anbauen, wenn schon kein Markt dafür existiert, dass man beim Aldi Hanf kaufen kann, ok sei es drum, obwohl es eigentlich logisch konsequent wäre, Alkohol und Zigaretten kannst du auch kaufen, aber dass man wenigstens Pflanzen anbauen kann und konsumieren kann. Aber und das muss auch erlaubt sein, im Gegenzug sollten Menschen die Alkohol, Zigaretten, Cannabis oder Fleisch konsumieren auch höhere Krankenkassenbeiträge zahlen. Ja ich weiß da steh ich mit meiner Meinung relativ alleine da, weil eben der Großteil der deutschen Gesellschaft in einer dieser Konsumgruppen fällt. Und ich denke da liegen wir vielleicht bei 0,1% oder sowas, wo ich jetzt hier reinfalle, nämlich kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen, kein Fleisch. Aber es macht einfach Sinn bei nachgewiesener schädlicher Lebensweise, was auch den Verzicht von Bewegung inkludiert. Und da gibt es noch ganz viele andere, dass das in die Krankenkassenbeiträge mit einfließen kann. Auch schon vor dem Hintergrund dass man da selber noch ein gesünderes Bewusstsein dafür schafft was man seinen Körper antut. Denn wenn der Deutsche erfährt, wow das kostet mehr, dann überlegt der ein oder andere halt doch. Weil wir brauchen uns nur umzuschauen wie geldaffin die Gesellschaft ist und das tut man am meisten sozusagen bei den Menschen auslösen. Man hat damals auch gesagt bei den Zigaretten wenn die teurer werden, ach das passiert gar nichts, die Leute die süchtig sind die rauchen halt weiter, aber nein aus meinem Bekanntenkreis einige die den Preisanstieg gesehen haben haben das als Anlass genommen dann aufzuhören. Also nochmal ich bin schon immer gegen den Konsum von Drogen gewesen, ich habe in meinem Leben nicht eine einzige Zigarette, nicht einen Tropfen Alkohol und auch nicht eine der gängigen Drogen konsumiert, aber ich bin zum Einen für die Legalisierung aller selbst anzubauenden pflanzlichen Drogen und zum Anderen für eine Differenzierung der Krankenkassenbeiträge je nach Lebensweise. Nur mal eine interessante Zahl, in Nordrhein-Westfalen dürfen bereits 125 Apotheken Marihuana legal verkaufen und das Medikament Marihuana ist ab 2017 deutschlandweit durch ein entsprechendes Gesetz vollständig etabliert. Wir sind also auf einem guten Weg, danke Mr. Mannheim für Dein Engagement und ich wünsche Dir ein frohes und hemmungsloses Kiffen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.